Ich schätze, Sie haben Durst. Danke sehr. Sie haben Anämie. Das macht die Fingernägel ganz rüssig, dadurch wirkt Ihr Nagellack so fleckig. Sie brauchen mehr Eisen. Oh, okay. Ich hab nicht nach einer Diagnose gefragt, Einstein. Einsteins IQ war 160, meiner ist 197. Wow, dann müssen Sie ja alles über mich wissen, wenn Sie so super schlau sind. Erzählen Sie mir auch nicht, er bräuchte Hilfe, denn er ist gehandicapt. Zeigen Sie Mitgefühl. Gehandicapt, ja? Ja, sehen Sie sich die beiden an. Wissen Sie, was die da tun? Die Streichholzpackung ist der König, die Marmelade ist die Dame und die Zuckerpäckchen sind die Springer. Er spielt Schach mit einem Großmeister, der im Begriff ist zu verlieren. Walter, hast du das gesehen? Schachmatt in unglaublichen acht Zügen. Der Junge ist nicht zu fassen. Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Sohn ist ein Genie.